Interview und Analyse zum zehnten Rennen. Zehnte Tagesprüfung, dann du fährst für den Peppi Schatzdorfer. Ich nehme an, das war wahrscheinlich schon ausgemacht vor einiger Zeit, dass du in diesen Rennen für ihn fährst. Ja, auch da hast du recht. Und ich habe das zugesagt, dass ich Red Like fahre und wollte eigentlich Kronos Online eine Woche später an den Start bringen. Denn nachdem hier bescheidene Starterangaben vorhanden waren, hat man mich gebeten, ein zweites Pferd hineinzugeben. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, mit dem Besitzer abgesprochen, natürlich Kronos Online mit einer inneren Nummer und mit dem Jonas würde er schon auch hier eine Chance haben. Und ich denke, ja, er hat eine Chance. Und glaube ich, für den Jonas auch wichtig, so eine Chance zu bekommen. Es kommen dann wieder Lehrlings-Europameisterschaften und dass er da teilnehmen darf, braucht er noch zwei Siege. Das ist ein möglicher Siegkandidat. Könnte also vielleicht doch noch das Ticket Richtung Lehrlings-Empfe in den Jonas gelöst werden. Ja, da sind ja noch Monate hin. Er wird in Monaten ja doch ein paar Rennen gewinnen können. Das denke ich auf alle Fälle. Und ob er das Rennen gewinnt oder nicht, er soll ein anständiges Rennen fahren. Und er soll seine Chance, wenn er es sich anbietet, auch nehmen und nützen. Und ich wünsche ihm natürlich, dass er hier das bestmögliche Ende für das Pferd und für ihn auch erwischt. Und ja, es sind ja noch andere auch mit dabei. Nicht nur der Jonas und der Kronos Online. Eben Red Light gesprochen. Zuletzt Anstatt war er eigentlich überraschend gut für das, dass er keine Arbeiten gehabt hat. Ist das wieder jetzt eine Spaßfrage natürlich. Aber ist es besser für ihn manchmal nicht zu trainieren? Nein, das geht eigentlich überhaupt nicht. Und wer den Schadstofferbett kennt, der weiß, dass er kein Pferd an den Start bringt, das keine Arbeit hat. Es ist ein bisschen hier geflagst worden, dass er halt nicht so oft in Wels war. Aber Pferde kann man ja woanders auch trainieren. Da muss man nicht unbedingt nach Wels fahren. Und wie gesagt, er hat damals eine gute Leistung gebracht. Letztes Mal, das muss ich sagen, wobei jetzt die Leistung mit 19.0 auf dieselbe Distanz fast gleich einzuschätzen ist, hat er mich aber trotzdem maßlos enttäuscht. Er hat vom Geläuf nicht funktioniert. Er hat auch keine Einsatzbereitschaft gezeigt. Und das war nicht gut. Das war schwach eigentlich. Und er wird uns aber, denke ich, schon heute eines Besseren belehren. Wird schon besser gehen. Das heißt, du hast ja auch noch ein Rennen der Super 76 gewählt. Als möglicher Siegkandidat wirst du beide Pferde wahrscheinlich sehen. Ja, schon. Weil wenn man die anderen analysiert, Lucky Luciano ist ein Pferd, der kann schon etwas. Aber wie man an den Performance sehen kann, gewinnt er nicht so gerne. El Clasico kann auch was. Das ist ein treues Blattpferd, kann diese Geschichte gewinnen. Ist auch erst getippt. Aber hat auch noch nicht gewonnen, also die letzten zwei Jahre. Claudine hat ein Rennen gewonnen im letzten Jahr. Der hat auch mich geschlagen. Das war auch mit Kronos Online-PK. Red Lake. Ah, war Red Lake. Okay, dann nehme ich das zurück. Red Lake, gut. Enable, finde ich jetzt, hat eine gute Leistung stehen. Finde ich jetzt nicht so in gleichmäßiger Form. Und glaube ich, da hat man sich auch ein bisschen, oder hat sich der Hansi Lichtenwerter ein bisschen mehr erwartet. Auch zu Recht, denn es ist schon Vermögen da. Red Lake wissen wir, muss besser gehen. Und Estabano kann ich eigentlich im Endeffekt nicht zuordnen richtig. Aber so ganz positiv bei 18 Starts fünfmal platziert, habe ich ihn auch nicht im Kopf. Also ausgeglichen, im Endeffekt muss man sagen, es wird sich schon auf drei Pferde beschränken, würde ich sagen, die das Rennen gewinnen können. Letzte Tagesprüfung, wieder im Rennen über die Sprintdistanz, das könnte der Claudine liegen, fängt ja eigentlich sehr gut an. Wirst du das versuchen auszunutzen? Ja, wir versuchen auszunutzen, fängt gut an, aber auch die Inneren fangen recht gut an, ob die da vorbeikommt. Das ist halt sehr fraglich. 16 Meter ist natürlich für sie vielleicht ein bisschen besser als die Mitteldistanz. Aber sie muss sich trotzdem ein bisschen steigern, dass da vorne dabei ist. Generell aber ein sehr offenes Rennen. Ja, es ist ein sehr offenes Rennen. Kann eigentlich fast jeder gewinnen. Sind seit Tagesprüfung Lucky Luciano. Ein Rennen, unglücklich verlaufen war, dritt, aber am 14.01. da hat er eine zweite Spur in den Führpferd gehabt und das letzte Mal mit der Führung weggesprungen. Da hat er mir aber gut gefallen beim Aufwärmen, im Rennen dann auch sehr zügig an die Spitze gegangen. Was war denn ein möglicher Grund für den Fehler oder gibt es da keinen Grund? Ja, wir hatten ihn letztes Mal einen halboffenen Zorn drauf gemacht und da war er etwas zu heftig. Und heute kriegt er einen Zorn drauf und da wird er wieder ruhiger sein vom Start. Und da werden wir heute ein schönes Geld abbringen. Siegschossen, glaube ich, auch Wahnsinn. Offenes Einern, aber auf die letzte Leistung aufbauen, eben bis vor dem Fehler, glaube ich, hat er schon ein paar Sieg aussichten. Hat er, aber ist natürlich keine Bank, aber Chancen hat er eine kleine, ja. Die letzte des Stutenquartetts Enable, da ist ein bisschen der Wurm drin, seitdem sie da einmal irritiert worden ist, ist jetzt nicht ganz so. Da beim sechsten Platz im Schlussbogen, glaube ich, ist sie irritiert worden und seither ist irgendwie der Wurm drinnen. Ja, sie geht immer, das Pferd kann viel mehr, als was sie zeigt. Sie geht in der Arbeit, fantastisch, ihr wird einige Sachen wieder umgestellt und jetzt werden wir schauen. Normal muss sie gut genug sein für so ein Rennen, dass sie das auch gewinnt, einmal. Aber sie ist nicht ganz einfach. Das heißt, so wäre meine Frage gewesen, du rechnest dir schon sehr gute Siegersichten aus? Irgendwo schon. Ich sage einmal, sie muss in Endkampf dabei sein und wenn das jetzt einmal funktioniert, wenn sie das bestätigt von der Arbeit, müssen sie jetzt ziemlich weit vorne sein.